Ja, ein neues Porträt mit David Claudio Sieber ist erschienen und da mahnt er letztendlich die Wichtigkeit der Experten der anderen Seiten an. Aber heute Abend denke ich, bin ich ja ein bisschen eingeladen, ich sage ganz bewusst ein bisschen eingeladen, weil da sozusagen ein Hauptexperte der Anthroposophie eingeladen ist zum Thema Machtbegrenzung. Und ich werde anbieten, dass sozusagen unsere Machtbegrenzung durch unsere Demokratisierungskette sozusagen die entscheidende andere Seite ist, die naturwissenschaftliche Anthropologie, die unter anderem auf dem weltbesten Experten auch mitberuht, den ich gleich nochmal zeigen werde. Hier nochmal, liebe Damen und Herren Sieber, Bromberg, Bakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen. Ich fürchte, dass sie eine unrealistische Einschätzung ihrer Erfolgschancen haben. Das ist eben bei Anfängerparteien immer so, bis die dann den nüchternen Schlag bekommen, dass es fast unmöglich ist, überhaupt 5% zu erreichen. Und dass das nur geht mit der Kombination von maximaler Prominenz und maximaler Kompetenz in den Reformen. Also bitte öffnen Sie sich wirklich und tatsächlich und hoffentlich auch heute Abend für die Experten der anderen Seite, für die, ich sage auch einmal, für die kompetenteren Experten. Und ich zeige Ihnen das auch jetzt einmal hier. Ach so, ich muss das hier noch machen. Präsentieren. Noch einmal. So, das bedeutet nur, dass wir wollen nicht aus der Übung kommen mit dem Umgehen mit unserer Technik sozusagen. So, jetzt schauen wir es uns mal an. Und das Gespräch, wir hatten ja eingeladen von den von uns empfohlenen Experten, hatten wir ja zuletzt da gehabt hier, Dr. Heide Göttner Abendroth. Und die erwies sich doch als ziemlich starke Dogmatikerin und dozierende Dogmatikerin und so weiter. Da werde ich gleich drauf eingehen. Und die hat aber auch so Seitenhiebe gemacht auf jemanden, der als der weltbeste Denker, deswegen haben wir den dann auch hier zugeführt. Also noch vor die Gemeinwohlökonomie und noch vor Professor Hans-Werner Sinn zum Beispiel, den man zum Thema Mindest- und Tariflöhne und Gewerkschaften hören sollte. Weil Tariflöhne ja auch nur eine Variante der Mindestlöhne sind, den man also referatsmäßig berücksichtigen sollte. Dann hier lese ich mal vor zu Professor Richard Dawkins, denn der ist ja auch bei uns im Weltrat und für die Next Scientists for Future ein wichtiger Inspirationsgeber trotz seiner etwas konservativen privaten Haltung. Aber er ist ziemlich präzise im Unterrichten des evolutionsbiologischen Denkens und ist damit auch die Grundlage für unsere evolutionsbiologische Politikwissenschaft. Also deswegen die Basis von allem Null, die Nummer Null. Professor Richard Dawkins in Wikipedia schreibt, in einer Umfrage des Magazins Prospekt wählte eine Auswahl britischer und US-amerikanischer Juroren Dawkins 2013 zum weltweit wichtigsten Denker. Ja, das ist ja jetzt überholt, weil der weltweiten wichtigste Denker ist nun mal der Weltrat und die Next Scientists for Future. Aber wir beziehen uns eben sehr stark auf Dawkins und haben sehr viel von Dawkins gelernt in unserer Biografie, in unseren Biografien. Zwei der wichtigsten Mitglieder des Weltrates sind eben auch Dawkins orientiert oder von Dawkins sehr stark beeinflusst. Und das ist eben wichtig und Professor Dawkins ist trotz seiner konservativen Gesamtideologie der Lehrer für präzises, realistisches, evolutionsbiologisches Denken in der Politik. Und damit der Überwindung des latenten Kreationismus in unserer pseudowissenschaftlichen Welt, der auch die meisten Parteien in die Irre führt. Dieser latente Kreationismus ist die große Gefahr, nämlich quasi, dass zwar die meisten Leute mittlerweile nicht mehr ankommen und uns was davon erzählen, dass die Erde eine Scheibe sei. Also das hat man jetzt langsam begriffen, nach ein paar Jahrhunderten. Aber immer wieder fangen ja auch die ganzen Pseudowissenschaftler der Universitäten immer wieder an, eigentlich kreationistische Positionen zu vertreten. Nämlich eigentlich versteckt zu sagen, Darwin hätte sich geirrt und Dawkins hätte sich geirrt, obwohl es dafür keinen Hinweis gibt, sondern das spricht eher alles dafür, dass wir es da mit ganz sicheren Wahrheiten zu tun haben. Mit dem nächsten neuen, ganz großen Naturgesetz, nämlich dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zu tun haben. Und wer das nicht berücksichtigt, macht dann Politik an der Realität vorbei. So, Dawkins lieferte auch entscheidende Inspirationen für solche Begrifflichkeiten wie parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, vorteilbringende Irrtümer, PMs, KVGs, VIs, die wir ja sehr stark geprägt haben und so weiter. Also wir sind quasi die Nachfolger von Dawkins und er steht ja in unserer Liste auch sehr weit oben als einer der Weltdenker, auf den wir uns sehr stark beziehen. Wir haben also diese Position, der, ja, wo steht es, der weltweit wichtigsten Denker hat ja der Weltrat übernommen, sozusagen. Ja, ja, die Gemeinwohlökonomie. Achso, und jetzt dann, was ich geschrieben habe und eingefügt habe zu Dr. Heider Göttner Abendroth aufgrund der Erfahrungen in der Talkrunde. Ich habe ja da zwei Sendungen mittlerweile gemacht. Also sie haben 775 ist die, die Nummer 775 ist die Talkshow, die 76 und 77 sind die Erläuterungen dieser Talkshow. Und wir halten noch einmal fest, das Positive an Dr. Heider Göttner Abendroth ist, dass sie immerhin eine gewisse Ahnung hat, dass wir früher, dass es uns früher besser ging, in ungefähr matriarchalen Lebenszusammenhängen, die sie aber gar nicht in der Lage ist zu verstehen, weil sie mit einer kreationistischen Brille die Menschen beobachtet hat und mit ihnen gesprochen hat und nicht in der Lage war, mit einer Lupe, mit der Lupe und dem Vergrößerungsglas und dem Mikroskop, dem vergrößernden Mikroskop, das Naturgesetz von Mutation und Selektion quasi die Szene aufzuziehen und die tatsächlichen Gegebenheiten in den Matriarchaten zu sehen. Ja, und aber eben, das ist inspirierend und das reicht auch, ihr Auftritt, ja, denn, und ich habe jetzt geschrieben hier dazu, allerdings bestätigt ihr dogmatisch dozierendes Auftreten in unserer Talkshow solche Kommentare, wie zum Beispiel aus Wikipedia jetzt Stefanie Knaus kommentiert, die wertende Sprache ihrer Beschreibungen sowie die polemische Abwehr der Kritik an ihren Theorien, und das kann ich nur unterstützen, das ist, sie ist also mehr eine, so nach dem Motto, ich habe Recht, alle anderen haben Unrecht und ich bin gar nicht bereit, darüber nachzudenken, welche Kritik es an meinen Theorien gibt, also das ist schon sehr ideologisch bei ihr. Ja, also die wertende Sprache sowie die polemische Abwehr der Kritik an ihren Theorien spricht nicht für den wissenschaftlichen Anspruch, den sie selbst an ihre Forschung stellt. Also Klammer, Zusammenfassung, sie tritt eher kreationistisch-ideologisch auf. Und dann kommt noch so ein Wikipedia-Zitat, Behauptung einer heilen Welt des Matriarchates als Gegenstück zu den patriarchalen Perversionen eines glücklichen Urzustandes. Ja, sie ist auch zu verengt auf diesen Gegensatz matriarchal, patriarchal, ja, sondern richtig inspirierend ist, dass sie erkennt, ja, früher ging es uns besser, aber sie unterschlägt auch, dass der grausame patriarchale Raubtierkapitalismus viel mehr ist als nur ein patriarchales Geschehen. Ja, das ist vor allem ein Wirtschaftssystem, ne, und das versteht sie auch nicht richtig, ne. Ja, und dann steht es hier weiter im Wikipedia, die von ihr gegründete autonome Bildungsstätte Akademia Hagia stuft er als Ashram- oder sektenähnliche Institution ein. Und jetzt unser Kommentar nochmal, insofern kann sie inspirieren, aber Vorsicht, sie transportiert schwerwiegende, vorteilbringende Irrtümer, ist vielmehr kreationistische, dogmatische Ideologin als echte Wissenschaftlerin. Aber richtig gute Experten außerhalb des Weltrates, Next Scientist gibt es eben halt kaum, ja. Sehr viel wichtiger ist deswegen ja auch, dass die Überlegungen zum tierlichen Matriarchat bei dem Bonobos von Professor Franz de Waal, da. Ja, ja, dann nur ganz kurz, kurz Nachrichten schenken, das war ja so der Kernsatz, ja. Also man sollte eigentlich Professor Dawkins und Professor Sinn per Referat einbringen, ja. Denn auch bei Dr. Gürtner Abendrot ging es auch irgendwo um so eine Aufforderung zum selbstlosen, selbstvergessenden Schenken. Und da habe ich ja in den letzten Sendungen genügend aufgedeckt, dass es sich hier um einen vorteilbringenden Irrtümern von Kindstötern handelt. Kindstötung ist in allen Sozietäten, besonders von großen Säugetieren und so weiter, ungeheuer wichtig, ja. Und also das aggressive Abtreiben der Leibesfrucht bzw. der entstehenden Kinder in anderen, also das Verhindern davon, dass andere Kinder bekommen, ist sehr, sehr wichtig in der Evolution und ein ständiges Motiv, weil man damit Platz für die eigenen Kinder schaffen kann, für die eigenen Aussackungen von sich selber in die Zukunft hinein. Ja, und deswegen gilt unser Satz, schenken ja bitte, aber nur an sich selber. Denn ich hatte ja aufgezeigt, dass hier, also hier nochmal die Erinnerung, dass das für die Parteien das Entscheidende ist, dass man andere Experten zur Kenntnis nimmt und aus der, aus allen Experten sozusagen der anderen Seite eben eins, zwei, drei, vier, fünf bis zehn konkurrierende Vorschläge macht, die dann über die letztendlich dann die Wählerinnen entscheiden. David Claudius Sieber spricht sowas an, als ob man auch Umfragen für dann, Umfragen in der Bevölkerung nehmen würde, für die Entscheidung, was die Abgeordneten dann im Parlament machen sollen sozusagen. Da muss man vorsichtig sein, Umfragen, da haben sie die sozialen Erwünschtheitseffekte, dass viele sich auch nicht trauen, einem Interviewer telefonisch ins Gesicht zu sagen, was sie wirklich denken. Man sollte es schon mit simulierten Bundes-, also Tagswahlen dann jeweils machen, dass man das Geld schon aufwendet, dass die Leute geheim wählen dürfen, sozusagen mit möglichst repräsentativen Wählerstichproben. Das wäre dann der sinnvolle Weg, aber da, wie gesagt, sind unsere Instrumente halt einfach besser, unsere Demokratisierungskette aus Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, Medienreform und entsprechende parallele Demokratie-Pur-Talkshows als Übungsfläche und die Volksentscheide, das ist dann doch griffiger und sinnvoller. Ja, also, und ich wollte noch zum Schluss ganz kurz zeigen, um nochmal, bitte unbedingt schauen, 75, 76, 77 und hier nochmal ganz kurz schauen, sozusagen, wo ist es hier, ganz kurz schauen, die Bilder, also das Bild. Ein Kind ist eine Aussackung von uns selbst in die Zeit der Zukunft hinein und damit ist alles Schenken einer Mutter oder eines Vaters immer hoch egoistisch, ja. Und die Nabelschnur als Aussackungsweg wird dann über die neue Nabelschnur Brust und Stillen, sozusagen, gewählt. Ja, das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau. Tschüss.